Moin Leute, was geht? Mein Name ist VideoGangs.com auf der Playstation 4. Ich bin der König der Playstation 4 Zocker. Sendet mir eine Freundesanfrage. Der Gamertag ist oben eingeblendet im Videotitel. Ich, der mächtige König von GTA 5, hat jemand gemoddet. Einen ganz berühmten Rapper. Ich habe K1 gemoddet. Und perfekt, K1, ich habe es nur dank meinen Helfern, meinen mutigen Assassinen geschafft, die in meinem Clan beigetreten sind und Hacker-Erfahrung mitbringen. Ich danke dem Hacker Obilos426, der mir K1 gemoddet hat. Und ich danke auch meinem Sponsor K1, der uns mit finanziellen Mitteln unterstützt. Perfekt. Da ist er. Ja, er bricht die Herzen aller Mädchen, ihr Muschis. Wir sind bestens ausgestattet. Selbst K1 ist da. Yes. Wir sind perfekt. Also, passt mal auf, was wir jetzt machen. Einstellung. Achtet genau auf, was ich jetzt tue. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. Abendrot. Bevölkerungsdichte. Unbesiegbarkeit. Nein, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir auch nicht. Was ist das jetzt hier von... Oh. Garage. Den Frogger nehmen wir. Perfekt. Den Frogger. Perfekt. Yes. So, K1 geht nach oben. Aka YouTube Gamescom. Schaut ihn euch an. Wer ist jetzt hier der Gewinner? Bushido oder K1? Yeah. Da, 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 da. He, he. Perfekt. Bestens ausgestattet hier. Danke nochmal, K1. Wurde ein Sponsoring. So. Perfekt. So, erstmal das Kaninchen abknallen. Oh. Militär. Feuer frei. So, wir gehen jetzt in einen Helikopter rein. Und greifen die verdammte Militärbasis an. So. Um unsere Macht nämlich zu festigen. Im GTA Online Multiplayer. Ich bin ja der Herrscher der Zombie Cowboys. Und ich muss meine Macht auch irgendwie verteidigen. Das heißt, wir greifen jetzt an. Passt auf. Kommt, Militär. Greift YouTube Gamescom an. Ich habe keine Angst. Ich bin mächtig. Höftweg. Oh. Ja, jetzt hole ich erstmal das große Ding raus. Pass mal auf. Ich werde ja immer mit Waffen unterstützt, ähm, weil ich immer die Waffenlieferung der Los Santos Bangers abfange und mich dann an den Waffen bediene. Okay. Wir zerstören alles Militärische hier. Und noch einmal eine 5 Kilo Barzucke auf den Titan. Perfekt. Schaut an. Meine Unsterblichkeit. Wie mache ich das? K1 ist am Zug. Perfekt. Perfekt. Jetzt setzen sie sogar Panzer ein. So. Ein abitterter Kampf ist das hier. Das nenne ich mal ein Clan. Ihr wolltet auch immer ein Clan. Ich alleine gegen 50.000 Mann. Da braucht man kein Clan War mehr. Da ist Droja ein Witz dagegen. So, ihr Schweine und Fans. Wir rippen uns jetzt als Auto. Und suchen uns einen Panzer. Den wir in die Luft sprengen werden. Jetzt. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Shit. Yes. Perfekt. Wir haben den Panzer geschrottet. Schaut meine Macht an. Ich bin unsterblich. Respektiert und achtet mich. Ich bin weg. Nochmal vielen Dank. K1. Für dein Sponsoring. Und dass ich dein Urheber. Dein, dass ich deinen Namen im Video verwenden darf. Und danken möchte ich natürlich auch. Die Modder, der mir diesen K1 erstellt hat. Diesen muskulösen, geilen Rapper, der die ganzen Frauen flach legt. Und wenn ihr mit mir zocken wollt, könnt ihr das gerne tun. Einfach YouTube Gamescom auf der PS4 add-in. Ich bin kampfbereit. Immer. Und ich bin meistens im Passivmodus. Weil viele mich verraten haben. Haut rein. Bis dann und ciao. Perfekt. Bam. Direkt. Perfekt. Zweiter Panzer. Vernichtet. Perfekt. Perfekt.